Du hast das doch auch gehört, oder Anja? Ich wabble vor Angst wie Wackelpudding. Es kam irgendwo aus diesem Raum. Wenn wir herausfinden könnten, was dieses Geräusch verursacht hat, wäre mir wobbeliger zuhute. Wobbel, wobbel, was für ein Geräusch! Also ihr, genau, irgendeins von diesen Geräten hier. Keine Reaktion. Das ist bloß ein Haufen Metallschrott. Hm, keine Geräusche zu hören. Gelehnen wir uns weiter um. Aber wegkloppen kann ich es auch nicht. Aber das hier, ne? Ja. Hätten wir schon ein bisschen Metall. Keine Reaktion. Das ist bloß ein Haufen Metallschrott. Hm, dieser Roboter läuft nicht mehr wie geschmiert. Das Geräusch muss irgendwo anders hergekommen sein. Wahrscheinlich der allerletzte hier hinten. Piep, piep. Lebenszeichen erkannt. Neustartprogramm ausführen. Die Frage ist, ob der mich dann anfällt, weil der ja eigentlich... Ja, komm. Piep, piep. Neustartprogramm initiiert. Zugriff auf Datenspeicher. Bitte warten. Piep, piep. Neustartprogramm. Fehlgeschlagen. Unzureichende Energieversorgung. Bitte Energiezellen aufladen und erneut versuchen. Das ist leichter gesagt als geliert. Wo sollen wir denn die Energie hernehmen? Hm, hab ich doch bestimmt eine Idee. Kippelzopp. Oh. Anja zeichnet folgenden Bauplan. Eine Energiestation. Ah, Rohre. Gebogene Rohre, Verbindungsrohre. Da habe ich auch welche an der Wand gesehen. Okay. Pottspritz, was ist denn das? Ein Bauplan? Hm, du verbindest also die Rohre und überträgst die Energie der kaputten Killermaschinen auf das funktionstüchtige Modell. Hm, das ist schleimfach. Brillant. Und wenn du nach Rohren suchst, wirst du hier sicher fündig. Ob dein Plan funktioniert wie geschmiert, finden wir nur auf eine Weise heraus. Ausprobieren. Okay, also die Stücke liegen ja hier schon und ähm... Warte mal. Muss ich da auch was umbauen? Erstmal ein bisschen aufräumen, dass wir einen besseren Überblick haben. Die Zigarache können wir ja gut brauchen. So, und Rohre habe ich nämlich auch da hinten irgendwo gesehen, aber ich glaube, die müssen wir ganz lassen, oder? Die brauchen wir für die... Aber sie haben ja gesagt, ich kann hier Rohre einfach verwenden. Also hier, die da, die sind doch alle übrig. Glaube ich. Und die hier auch. So, also hier... Jetzt müssen wir erstmal hier aufräumen. Das sieht ja furchtbar aus. Okay, die... Warte mal. Die bringen wir erstmal in Sicherheit. Und das hier brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt gleich. Wobei, wir könnten nebenher ein bisschen kochen. Und dann haben wir hier natürlich... Das brauchen wir jetzt. Und diese hübschen roten Erden... Packen wir mal erstmal hier runter. So, und mit dem können wir dann bauen, falls wir das brauchen. So, und die Materialien können auch hier unten rein. Und die Kiste auch. Aber dann würde ich das quasi hier oben lassen und nebenher immer mal wieder was auf den Grill werfen. Ich brauche ja auch bald wieder was. So, und dann bauen wir mal hier weiter. Okay, wir brauchen hier was dazwischen, denke ich mal. Und da auch. So, dann brauche ich hier eine Verbindung. Oh, schon fertig. Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich mehr machen muss. Aber mir soll es recht sein. Okay. So. Mal gucken, ob das überhaupt erreicht. Ja doch. Energiequelle. Erkannt. Starte. Energietransfer. Energiesysteme. Voll. Funktionsfähig. Initialisiere. Neustartprogramm. Piep. 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 Neustart. Erfolgreich. Piep. Pup. Ah. Uh, 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 uh. Hilfe. Größe. Angriffsandroide. Nummer 0. 4. H. Zudiensten. Du. Kannst mich. 0. 4. H. Nennen. Freut. Mich. Dich. Kennen. zu lernen. 04H. Okay, jetzt kommt auch hier... Ich dachte gerade, es war gerade so kurz die Angriffmusik. Danke, dass du den Roboter repariert hast, Anja. Ihr Erbauer schlägt wirklich voller Talente. Berechne Zeit im Offline-Zustand. Berechnung fehlgeschlagen. Was ist hier passiert? Große Turbulenz im Aurafeld erkannt. Durchsuche Speicherdatenbanken. Möglicher Treffer gefunden. Ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen? Was ist denn mit dieser Rostlaube los? Klingt als wäre ein feines Falschkreise durchgebrannt. Unhöfliches Verhalten erkannt. Ich wünsche nur, meine Datenbanken mit den neuesten Informationen zu aktualisieren. Bitte sagt mir, was passiert ist. Dann erzählen wir mal. Weichert er hier kräftig ab? Datenbank aktualisiert. Malhalla wird von riesigen, armen und finsteren Monstern angegriffen. Meine Berechnungen waren korrekt. Das jüngste Gericht ist gekommen. Du schnodderst ganz schön viel über diesen Tag des jüngsten Gelees. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Am Tag des jüngsten Gerichts werden wir alle sterben. Alles kehrt ins Nichts zurück. Es ist das Ende der Welt. Die Zerstörung ist bereits weit fortgeschritten. Diese Einrichtung ist möglicherweise nicht länger sicher. Die riesigen Arme werden nach verbleibenden Lebensformen suchen. Sie werden diesen Ort zerstören und uns alle auslöschen. ist hier drin. Nein. Schmerz. Sie haben uns gefunden. Wappel Wappel. Die winzeren Feinde lassen sicher nicht lange auf sich warten. Wir stehen mit dem Rückgrat zur Wand und müssen uns den Weg freikämpfen. Okay. Die Tür ist kaputt. Angriff ist da und ich glaube ich tue mir erst mal ein bisschen Essen einsammeln und gleich wieder noch mal was brutzeln für den Bedarf. Die können eh viel besser kämpfen als ich. Von denen her habe ich jetzt da keine Eile. Wobei vorhin habe ich schon ganz gut Schaden gemacht. Okay. Muss ich jetzt erst mal irgendwas bauen noch oder die ausrüsten oder sonst irgendwas. Ich habe ja keinen Arbeitstisch. Ich kann hier zwar nichts machen und hier kann ich auch nichts machen. Ich sage ja, das ist irgendwie so verbesserte Schmelze. Und hier mehr als den Angriff. Diese Sachen hier, die bringen mir ja jetzt nichts. Ich würde mal sagen, wir können höchstens noch ein paar Wurzeln ernten, ein bisschen was kochen, zur Sicherheit. Meine 68% mal auffüllen. Dann sind wir bei 87. Hier komme ich nicht. Dann könnten wir noch ein paar mehr Feuerchen aufstellen. Aber ich müsste doch auch was bauen können, ohne dass ich einen Werktisch habe, oder? Ob ich ein paar Rezepte nicht so kann. ich dachte meine Zellenwand. Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Ohne Tisch. Ohne Moos nix los. Hier auch nix. Na gut, dann starten wir mal und gucken, was passiert. Der Arm hat wohl eine Armee finsterer Feinde dabei. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen und fliehen. Das ist der einzige Weg. Das heißt aber, dass ich hier nichts mehr mitnehmen kann von den zu 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 angeschlaffert ist es, wenn du verflüfft bist. Dann fühlst du dich besser. Oh, das ist aber lieb. Aber ich war ja selber schon an mir selber was Schnurzelwurzeln. Ich kenne noch einen Ort, an dem wir Zuflucht finden und unsere müden Knochen ausruhen können. Es ist der letzte Ausweg und hoffentlich sicherer als hier. Möge der Kampf beginnen. Besiege den Feind. Ähm, Siedlungszustand. Oh, Siedlungszustand gibt es auch. Ähm, ich habe nämlich überlegt, kann ich das mitnehmen? Ja, komm. Wenn wir ja jetzt durchbrechen, dann möchte ich natürlich die Sachen auch alle mitnehmen. Ich kriege zwar immer schön alles geliefert, das stimmt schon. Aber who knows? Guck mal, ich glaube, das bin aber ich, die hier die Sachen kaputt macht jetzt. Ähm, muss ich doch, glaube ich, ein bisschen kämpfen, denn, äh, unser kleiner Gürlefitz sieht schon ziemlich angeschlagen aus da. Bäume! Ich glaube, ich bin tatsächlich die Sterbste hier. Aber es gibt massig XP. Was sind die das? Das sind einfach die, die wir schon kennen, nur alle in schwarz. Scheint mir. Ich sollte helfen, ich sollte helfen! Und nicht hier rumhämmern! Äh, ich sehe gar nichts. Die Perspektive ist wieder etwas ungünstig. Ah, das ist jetzt so ein ganz breiter. Au! Ich sollte mich vielleicht nicht vor ihn stellen. Vor allem, wenn er den Hammer hebt. Ach, komm, wir machen erstmal die kleinen. Die stören hier nicht. Dann können wir alle auf den hier hauen. Oh, dieses Mal habe ich Mist gebaut. Die Stufe von Anja erhöht sich. Anja erreicht Stufe 31 und die maximalen LP-Lebenspunkte erhöhen sich. Gewonnen! Ja, das war auch ein bisschen easy peasy, oder? Feinde, ausgelöscht! Es tut gut, meine Kugel-Lager nach so langer Zeit mal wieder rollen zu lassen. Tihihi, du magst ein knochiger kleiner Mensch seine Bauerin, aber du kämpfst wie ein Monster. Du willst deinen Freund unbehelligt und nein, unbedingt finden, was? Übrigens, Grießbatsch, wo ist denn dieser neue Zufluchtsort, von dem du gesprochen hast? Er heißt Hargons Zuflucht und ist eine unheilige Hütte des Hasses oben auf einem Hügel. Da, wo die Werkstatt zerstört ist, ist es hier nirgendwo sicherer. Klasse L.D. Dafür finden wir bestimmt auch Helena, eine Pietätlose Priesterin, die sie wird helfen, was zu tun ist. Pietätlose Priesterin. Sollten wir da nicht loswoppeln? Die Zeit wird knapp. Nein, Schwapp. Du kommst doch auch mit, oder Anja? Hm, du wolltest nach deinem Freund suchen und dich nicht in irgendeiner Zuflucht verstecken? Aber hier wirst du zu Schmatz zermanscht. Blü, blü. Rechne die Überlebenschancen von Anja. Warnung, Warnung. Extrem geringe Überlebenschancen. Mission abbrechen. Ich wiederhole, Mission abbrechen. Sollen wir hier noch Sachen mitnehmen? Beispiel Schienen. Das Gute ist ja, wenn ich sie abhacke, sieht sie wieder ganz. So eine Lampe. So eine Lampe. Da oben ist auch eine. Kann ich mit dem? Keine Reaktion. Das ist bloß ein Haufen Metallschrott. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da kommt jetzt die heiße Luft hier ein. Die Energie. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Ich könnte die ja jetzt auch schöpfen, ne? Okay, aber ich denke, man kann sich die Sachen ja auch später holen, wenn man sie ganz dringend bräuchte. Du willst wirklich nicht mit uns kommen, Anja. Aber hier wirst du mit Sicherheit sterben. Lassi, sie hat sich entschieden. Außerdem sind Menschen und Monster Todfeinde. Glaub mir, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Also will er mich jetzt nimmer köpfen. Komm, 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 Anja. Wenn wir in Hagons Zusucht sind, dann können wir Helena fragen, ob sie etwas über deinen Freund weiß. Irgendwas muss sie gehört haben. Sie ist eine der weltbesten Priesterinnen der Kinder Hagons. Crème de la Crème hat recht, Anja. Es schadet nicht zu fragen. Außerdem will ich mich noch nicht verabschmieren. Na gut. Freuen sie sich, sogar der Grießbärt. Ja, also, wo geht's denn hin? Wabbel, wabbel, wabbel. Wenn wir dort sind, fragen wir zuallererst nach deinem Freund. Helena hat ein Auge darauf, wer hier wackelt und wabbelt. Ach, von mir aus. Du kannst mitkommen. Aber bleib in der Nähe und folg mir. Na dann, mal los. Hier drüben. Aber ich nehm noch so ein paar Dinger mit, okay? Oh, die kann ich sogar so abschnüllen. Ich komme schon. Ich will die Blüte haben. Da ist auch noch eine. Auch bestimmt noch zu irgendwas. Vielleicht kann man die ja auch kochen. Oh, da oben ist aber sowieso sowas. Lillanes, gefährliches. Elektro. Oh, was? Keine Rekke. Es saugt alles in sich ein. Piep, piep. Analysiere Daten. Warnung, Warnung. Gravitationskugel. Von extrem hoher Dichte erkannt. Kontakt vermeiden. Wir wissen nicht, was passiert, wenn dieses Ding uns aufschlürft. Heißt das, wir können nicht weiterwabbeln? Wir müssen es riskieren. Es gibt keinen anderen Weg hindurch. Pass einfach auf, wo ihr hintretet und geht nicht näher an das Ding hin als möglich. Oh Gott, ich bin schon so nah dran. Oh, ich merke es schon. Ich merke es schon. Es zieht, es zieht, es zieht. Kommt der überhaupt noch weg? Das ist halt nur ein bisschen schwerer. Es ist so ein bisschen wie wie wenn man so eine eine Strömung hat in einem Fluss. Ihr Trübeln. Hallos, ihr faulen Knochen. Nicht trödeln. Ja, ich mach ja schon so schnell. Gefahr, Gefahr. Warnung, Warnung. Was ist denn noch? Achtung. Der riesige Arm ist zurück. Na, warte. Oh, er hat uns beschützt. Kiesbär. Oh, er ist nur ein Stockwerk tiefer. Verdammt. Mein Bein brennt. Ach, dieser lange Arm. Dieser Arm kann ganz schön zuschlagen. Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Geht ihr nur vor. Mit mir seid ihr viel langsamer. Macht euch keine Sorgen. Ich bin untot. Sie können mich nicht zweimal töten. Jetzt ab mit euch. Dann ist ja gut, dass wir die Untoten töten konnten. Hahaha. Was? Du lässt nie jemanden zurück? Ha. Du redest schon wieder wirres Zeug. Ach, ich will dich auch nicht zurücklassen. Ich glaube, ich kenne den Weg ab hier. Wenn wir es langsam angehen, kannst du es schaffen. Alle. Wann. Mir. Na. Na, okay. Wir lassen uns zahlen. Wo geht's denn hin? Es geht hier lang. Okay. Sieht aber gar nicht so aus, als ob hier irgendwo was wäre, oder? Doch, da ist was. Ah, da sind so Gewächse. Sind wir hier überhaupt richtig? Geht erst so gut, die Schmerz. Verdammt. Mein Bein brennt. Wo müssen wir denn hin? Ah, da hinten vielleicht irgendwo. In die Höhle. Ja, ja, dem geht's gut. Lauf mal weiter. Komm. Naja, stimmt. Der kann halt nicht so schnell. Oh, mein Bein. Gennett erwartet tatsächlich immer auf den Gießbärd. Wollen wir die Dinger auch abmachen? Liebe Dinger? Oh, so. Und Steine. Die Dinger, kannst du doch? Gut. Hagans Zuduflucht ist gleich da oben. Und da müssen wir nur noch hinaufklettern. Warnung. Wegende. Voraus. Weitergehen. Nicht möglich. Aber ihr habt doch nicht dabei. Wie sollen wir da rüber wobbeln? Tja, da habt ihr die Rechnung ohne mich gemacht. Zuck. 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 Zigzag-Zuck. Du hast deine Brücke gebaut. Schleimtastisch. Hagans Zuflucht wartet auf uns. Schon wieder rettest du uns mit deinen Erbauer-Künsten in die Situation. Vielleicht sind Erbauer doch nicht so übel. Na los, ich darf. Sehen nicht einfach so rum. Bis zu Hagans Zuflucht ist Steine nicht mehr weit. Schmerz. Der Arm will uns schon wieder zerquetschen. Pass auf. Oh nein, 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 nein. Schnell über die Brücke. Der ist ja abgestürzt. Nein, Grießpatsch. Blüder Arm. Ja. Er ist fort. Und kommt nicht mehr wieder. Der ist ins Bodenlose gestürzt, glaube ich. Unser Grießpärz. Oh, Grießpatsch. Es ist zum großen, er ist zum großen Server in der Datenwolke zurückgekehrt. Mögen seine Daten lange in unserem Speicher weiter bestehen. Wir müssen weiter zu Hagans Zuflucht. Es tut mir so leid, dass ich da für ein Ende finden musste. Hier drüben. Da ist tatsächlich nichts mehr da unten. Ach, schade. Aber der wollte uns ja eh ans Leder eigentlich. Guck mal denn da hin. Immer weiter hoch, mal weiter hoch. Oh, da ist eine Fackel. Oh, eine Kirche. Ist das Hagans Zuflucht? Sabah, das ist ja eine schleimzige Ruine. Lebensform erkannt. Könnte das Ölena sein? Weitere Informationen benötigt. Die Wege des Meisters sind mysteriös. Das scheint wieder so ein Priester zu sein, wie wir ihn schon einmal erlebt haben. Wer wagt es, mein Gebet zu stören? Ist euch der Name Hölle nah die höchst schreckliche denn kein Begriff? Ähm... Ja, nein. Es heißt ja jetzt, dass es mir wirklich kein Begriff ist? Oder ja, es ist mir ein Begriff? Tatsächlich ist meine selbstverständlich... Ich meine, selbstverständlich kennst du ihn. Dies zeugt von meiner Macht und Weisheit. Nun, ich bin es wirklich. Hölle nahe, einer der drei kardinalen Kardinäle der Kinder Hagans. Was ist euer Begehe? Heraus damit. Oh, Hose und Geniereiche Hölle nahe, bitte rette uns. Alles wird zerquetscht und plattgemanscht. Und wir wissen nicht, wohin. Euch retten? Aber Kind, warum sollte ich das tun? Diese Zerstörung ist eure Erlösung. Frohlocket, meine Kinder. Der Tag des jüngsten Gerichtes ist endlich gekommen. Das Ende aller Dinge steht bevor. Diese Welt wird durch die unheilige Hand unseres Herrn und Meisters der Zerstörung vernichtet werden. Samt den Kindern Hagans. Nein, nein, das kann nicht sein. Es wird doch nicht alles zermanscht, oder? Ich wusste zwar, dass der Meister der Zerstörung wieder erwachen würde. Aber er sollte doch nicht die alte Welt plattmannschen. Nicht wahr? Nicht alles und jeden. Der Meister wird in seiner Zerstörungswut keinen Stein auf dem anderen lassen. Und schließlich die Steine selbst vernichten. Es gibt kein Entkommen. Wir müssen oder können uns wehren. So viel wir wollen. Das wird keinen Untersied. Vielleicht sollten wir einfach aufgeben. Das kannst du nicht ernst meinen. Hast du etwa Anja vergessen? Unsere persönliche Erbauerin? Wenn den Karren jemand aus dem Matsch ziehen kann, dann sie. Was? Dieses Mädchen ist eine Erbauerin? Wenn das wahr ist, bist du der Erzfeind unseres Herrn und Meisters. Ich sollte dich hier und jetzt auf diesem Altar opfern. Nicht, Helena. Wenn das jüngste Genie uns ohnehin alles zermanscht, schlürfen wir dann nicht auf Anja aufpassen, bis es Zeit ist, sich zu verabschmieren. Sie wird sicherartig sein. Na los, Anja. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was, das uns aus diesem Schlamassel hilft. In der Nähe muss es etwas Schlützliches sein. Nein, wir sind es schon ein fe Marios. Jrum. Tschüss. Doverei. Ich hab sie mir gefl Tunst.